Willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy X. In diesem Part kümmern wir uns um den Fungus Pass bzw. um das Fungus Tal. Wo wir jetzt versuchen ein wenig weiter zu kommen. Ah, Hi-Pushen, sehr schön. Hat schon ein wenig gedauert, dass wir den letzten Part abgedreht haben. Oh, jetzt nehme ich mir wieder die Zeit. Mal schauen, was die Zeit sagt. Eventuell drehe ich heute sogar zwei Parts ab. Wenn alle Joke-Club wie ich ja gerne deck... ...schau... ...mhh... Jetzt habe ich die Monster nicht mehr vom anderen. Wenn man zu lange nicht mehr zocken zieht, dann kommt man aus dem Übung. ... ... ... ... ... Wir wechseln sooo, ach genau. Ich muss beschwören, weil das Ifrit hat noch nicht voll. Das war nicht da. Da müssen wir was dran ändern, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, wir wollen. Schön, einfach zu hoch gehalten werden. Für Ifrit ist das hier ideal. Sehr krass. Einfach schön hoch gehalten werden, selbst wenn er low wäre. Das war jetzt vierte oder fünfte Mal, wo wir einen reinbewegen. Wir werden so oder so wieder vorgehen. Es ist halt der Schöne an der Elementarkraft der Bestia. Und dann auch so bei Walfahrer. Da haben wir noch eine ganze Strecke vor uns. Und mir drin, wo irgendetwas besonderer ist. Ah, und dasselbe Spießchen in grün. Was kann ich denn? Bruna? Nichts? Sturm? Okay. Ach, Ifrit, dann mach mal. Ich hab das schon. Normalerweise richten sich die Pollen immer nach einem Schema X. Und zwar, wer einen macht Schaden, der andere hält hoch. So springen wir erst mal auf den, der Schaden macht. Äh, ja. War nicht so geplant. Ein großes Halles. Wir kriegen die Extrasenleiste voll. So, Extrasenleiste voll. Jetzt hoffen wir. Vertreffen, immer noch nicht. Boah. Der Kampf könnte jetzt ewig so weitergehen. Nur irgendwann, denke ich mal, guckt sich das Spielchen niemand mehr an. Und abgesehen davon habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Jetzt, treff mal. Boah. Ifrit. Jetzt reicht. Ist doch nicht sehr effektiv. Ein paar Gornhöhre ist der Verschopse. Und gar nicht. Ja, der wird wieder voll hochgehalten. Ich muss noch mal aufschlagen. Ich muss noch mal aufschlagen. Ich muss das machen. Das Schlimme ist nämlich, wenn Ifrit durch Feuertechs hochgehalten wird, werden Feuertechern erst recht von Feuertechs gehalten. So. Extrasenleistechnisch ist unsere Juna durch. Die Extrasen ist voll aufgeladen. Sehr schön. Sehr schön. Zehn Potions. Tausend Gil. Da la 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 la. Präventivschlag. Jetzt dürfen wir aber. Mini Raptor. Und weg damit. Jetzt. Juna. Äh. Ja. Einmal darfst du so warten. Du darfst auch warten. Juna. Da wird. Aufgetauscht für... Bijuu. Juna. Naa. Schwarzmiri. Feuer. Gegenteil. Ist Eis. Viere mal. Das greift, diese Vodka brauchen wir auch nicht mehr, jetzt kein Orang. Und für die, die jetzt sagen, hey, du ignorierst Chemarien, ja, das tue ich. Wichtig ist, dass Chemarien ein bisschen was drauf hat, ach komm, jetzt sitzen wir doch rein. Spezial, Dragonik, Weißmagie, Analyse, mal gucken, ob wir was lernen können. Nein, die können wir nicht, und mit Pollen tatsächlich nur Schlaf. Und wenn alle in Schlaf sind, dann haben wir ein Problem. So, greif mir bitte Auron an, der wird dann wach. So, jetzt sind sie alle wach. Wechsel, nicht Wechsel, nein, ich weiß nicht, doch nicht Wechsel. Obwohl eigentlich schon Guna! Ich kann nicht mehr so sein... ...und ich beschwöre... ...und ein Waltherriss Der Waltherriss hat euch geführt... ...mensch... ...denn da... ...was macht ihr hier mit mir? ...und das geht hier noch gar nicht... ...schracksmagiefeuer... ...das konzert ihr nicht, damit ihr nicht zu entspürt... ...und... 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 ...und da hat Kamari auch sein... ...Sphéro Level ab... ...und Peter... ... ...chance zum Preventivschlag... ...Iuna... äh... ...warte mal... ...chance zum Preventivschlag... ...chance zum Preventivschlag... ...und du darfst... ...du darfst... ...erde angreifen... ...dann passt... ...er hat recht gut gepasst... ...schlacksmagie... ...eiss... ...ehh... komm... los... ...rasen... ...geht doch... ...nach... ...nie... ...nach... ...de perfektiv... ... advancements... ...no... ...also... ...ühh- Gute Nacht! Der Arm nicht stimmt. Da vorne ist eine Truhe, da vorne ist eine Truhe und da ist ein Chocoborita. Wir haben dich erwartet. Äh. Die Präsenten der Erinnerung. Ich selbst selbst. Wo soll ich dich bedanken? So wollen wir empfehlen. Wir können in so einem Effekt leben. Wir müssen hier auch kämpfen. Wir müssen kämpfen. Boah, die Lava-Gon gibt uns nichts. Egal, dann nehmen wir die Truhe jetzt. Alle Heilmittel, wenigstens etwas. Ja. In der Tat. Und weg damit. Und weg damit. Und wenn wir doch einmal dabei sind. Obwohl sie mich gern drei Stunden Parts drehen. Die zeigst du uns wieder nur mit Blödsinn zu Naja und die Combo, die kennen wir auch schon Auch wenn es ein bisschen eintönig ist, so geht es einfach am schnellsten Ja ok, wieder nur denselben Text Ah, die Gruppe Was? 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 Ist da nichts, was ich... Jetzt sieht das ganze Spielchen nämlich schon wieder anders aus Bin ich intelligent Egal Spaß, Magie Eis Jetzt für meine Mischwechslung, ich glaube von dem könnte ich sogar was lernen Wir analysieren ihn mal, was könnte Nö, können wir nichts Schau mal Und magische Angriffe, Hitze anfällig Das heißt, wir könnten ein eigenes Licht mit Lulu platt machen Machen wir aber nicht So kriegt Auron nämlich noch ein bisschen aus einer Erfahrung Kein Zeit zu verbrauchen Los geht's Los geht's Ja, okay, mal, mal, mal Ja, okay, mal, mal, mal Schwerz, mal, mal wieder Eis Ja, weg und danach wird der gemieden wie er sucht euch aus wie was ja hier können wir auf jeden fall wieder eine etage nach oben und das machen wir auch ok die explosion benutzen wir aber nicht jetzt Da vorne, da sehen wir was, und das nutzen wir auch, wenn wir dran kommen. Müssten wir aber eigentlich. Ah, ich weiß nie wie der PA ist, mal gucken. Garoda, oder, naja Garoda, Spezial, nein, Zech Splint Heap. Wofür haben wir denn verkappelt? Haha, von dir können wir auch nichts lernen, oder? Oder? Hm, nö. Du darfst dich verteidigen, und wechsel zu, 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 zu an Platzend. Ah, ja, aber doch, Bakker darfst du nochmal anreifen. Ah, wir können schon beten, finde ich auch gut. Ah, ist aber nicht allzu viel. So, und jetzt der gute alte Aron. Hau drauf! Hau drauf! Sehr schön. Ach so, Blind ist weg. Ah, ich weiß nicht, Blind ist weg. Ah, ich weiß nicht, Blind ist weg. Und nochmal drauf bauen. Ja, ihr beide dürft auch aufhauen. Nein, ich Bakker nicht nur durch diese Persönlichkeit, sondern nicht nur einen zur Platzung. Juhu, da kann ich mich schon mit richtig. Vielleicht keine MP dafür verbrauchen möchte. Und nochmal. Nochmal. Nochmal beten. Ist einfach das beste Mana Haushalt technisch. Bringt aber leider auch nur dann wirklich Wasser. Spezial. Nein, gleich nochmal blind. Und dann was, wenn kaum Schaden reinkommt. Um größeren Schaden gegen zu heilen. Ist das nicht ganz so praktisch. Was Gunnar dagegen heißen ist. Jawoll, Ekstaseleiste voll. Ach komm, bei so einem langjährigen Kampf kann doch Kamari nochmal raufhauen. So, und hier weiter. Das kann man nämlich auch sehr, sehr leicht übersehen. Und da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Top-Sub-Zreihe. Wäre doch schade drin gewesen. Oh, ich glaube, ich bin schon mal geblieben. Ich bin schon mal geblieben. Ich bin schon mal geblieben. Nicht schlimm. Hm, was ich machen wollte denn denn? Ach komm! Soltweep! Hau weg die Schose. Watz Hat Gemetzel erlernt. Genau das war mein Ziel. Wechsel Lulu. Oh, was ich? Guck auf... Rock-Kanodeln Das ist einfach so, weil wir es können Wacka Wunderschön, wunderschön, soo, jetzt halten wir uns wieder links, wenn man irgendwie so einen Weg sieht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass am anderen Ende irgendetwas auf einen Basis. Eigentlich. Und wie wir sehen, ist Basis tatsächlich etwas auf uns. So ein bisschen was zu vermöbeln. Du darfst dich verteidigen. Und du darfst denen zeigen, wie stark wir sind. So, und jetzt wird es interessant, oder interessanter. Das ist Herr Aron. Reicht, sehr schön. Ohne Kollen. Wunderschön! Feierschild, Schlafschild. Alles so Kleinigkeiten, die wir nicht brauchen. Und hier gibt es wirklich nichts zum einsammeln. Null Dreier-Kombo. Wir wechseln so wacker. Spitz. Nein, Sex. Blindslieb. Zack. Genau deswegen. Und... Wir versuchen es einfach. Nee, falsches Ziel. Wir wechseln. Ich hoff. Wechseln. Schwarz Magie, Feuer und Fritz, was ist denn was richtig? Ja, funktioniert sogar relativ gut. So, noch brauchen wir jetzt nicht. Jetzt können wir wieder Batze reinsetzen. Auf Wiederhuder. Mit durchschlagenden Erfolgen. Nochmal, Schwarz Magie, Feuer. Bongo-bongo-bongo. Polen, äh, Polen. Na, 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 na. Jetzt schlafen sie alle. Ja, jetzt nicht mehr. Oh. So was von verdammt knapp. Ab 200 oder so, da ich nicht reichen, nehmen wir die HI-Potion. Ein HP left, ey. What the f***. Ja, woher kriegen wir den Platz jetzt gelaufen ist, aber... Und jetzt muss Oren, jawohl, Oren ist wach. Wechseln zu Baka. Und Tex. Und. Meine Güte. Das reicht, aber. Geht doch. So, Juna Maus. Heil uns, meine Güte, passiv schön hoch. Vielen Dank. Moronisch, Kimmari, lange Kämpfer kann Kimmari mit machen. Jetzt müsste eigentlich die Ekstase Pöl werden? Jawoll! Moron! Kimmari! Reicht! Sehr schön! Ich glaube, ich weiß, was wir im nächsten Part machen. Nur mal 400 Kill erhalten, finde ich gut. Ab nach oben! Ich zeige es euch, zeige ich es euch nicht. Nein, jetzt noch nicht. Lulu! Lululein! 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 Schon wieder diese Pohlen, eh Pohlen! Ach, nun Beneradio, wirst du nicht kommen! Lululein! 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 Ich bin so Mord, und Wacht, mein Lieber Feuer. Wuhh, 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 wuhh. Und wieder wieder. Das ist nicht wahr. Und schon wieder, wie wir freuen. Danach kommt wahrscheinlich Feuer und bei unserem Talent auch nur. Ja, alle schlafen. Der wird aufgeweckt. Ja. Zu betreuen Modum. Wenn man schläft, dann richtig. Wechseln. Juna. Du weißt, Maggie. Wir haben nämlich schon Engel. Wechseln zu uns. Ich finde das englische Übersetzen besser. Komme zu uns zurück. Hm. Spezial. Ja, weh. Nicht zwingend nötig jetzt mehr, aber... Safety first. Wacker. Luft reichen. Jawoll. Mega Potion. Ne, speichern brauchen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, egal wie lange ein Video probiert, das gucken wir uns jetzt noch in aller Ruhe an. Warum? Warum nur Sie, Herr? Ich möchte auch. Worte. Worte sind Worte. Worte sind Worte. Ich bin kein Cadet mehr, Herr Herr. Ich gehe mit Ihnen und werde ich es ihnen zeigen. Worte. 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 Sie kamen von Besaid auf dem Bersaid zu kämpfen, Herr. Ich weiß, aber dass alles ein Worte ist. Zu Ihrem Post-Crusader. Aber Herr, Herr... Oh, nette kleine Diskussion, nein da ist nichts mehr, mal gucken ob er uns noch was zu sagen hat Sie haben dich durch, oder? Kata ist besser. Ansonsten keine Chance, dass er verletzt wird. Warum seid ihr alle kämpftet, oder? Es ist nicht die All-Mighty-Albed-Machina genug? Sie haben noch ein paar Zeit, um sie zu vorbereiten. Unser Job ist, dass sie die Schmerzen an der Baie halten, bis sie sind fertig sind. Waka... Ich bekomme keine Chance, das zu sagen. Es geht um deinen Bruder. Luzu, nein! Was? Ich bin derjenige, die ihn zu entdecken. Und? Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Der war's. Waka! Das ist genug, Waka! Ich bin entschuldigt. 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 Wie hast du gemacht, als du eine Summoner wurde. den Tag passen. wieder genug aufgenommen fürs Erste und damit beende ich auch jetzt hier den Part, werde das ganze Spielchen ein wenig bearbeiten, runterrechnen, eventuell direkt im Anschluss einen zweiten Part aufnehmen, auch bearbeiten, runterrechnen, whatever, einfach gucken. Auf jeden Fall, der Part kommt online und der nachfolgende Part auch. Also das Let's Play wird nicht aussterben, wird nicht in Vergessenheit geraten. Die anderen Let's Plays werde ich auch weitermachen, aber deutlich geschmeidiger als jetzt zwischenzeitlich mal. Da habe ich ja ein Video nach dem nächsten rausgeklappelt, das wird so jetzt erstmal nicht mehr der Fall sein. Naja, ich hoffe ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 10 und dann begeben wir uns tatsächlich zur Mihan Offensive. Ob wir diese direkt spielen werden? Mal gucken, wie sich das zeitmäßig ausgeht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!